Stell dir vor, Sympathien, Erfolg und Reichtum fliegen dir zu. Wenn du ein Geheimnis in dein Leben einlädst, das in jedem Menschen mit voller Macht wirkt. Was ist dieses Geheimnis? Wissende verwenden es seit Jahrtausenden zu ihrem Vorteil. Es wird verschiedentlich mit der Duft des Erfolges, das gewisse Etwas oder auch Siegeraura umschrieben. Der Duftsinn ist der einzige Sinn, der nicht bewusst kontrolliert werden kann und gerade dadurch unser Leben bestimmt. Von der Partnerwahl bis zum richtigen Riecher. Vom Mief eines kleinen Durchschnittslebens bis zum Duft der großen, weiten Welt, in den jene hineinwachsen, die weitergehen als die Masse. Mein Name ist Aditya Nowotny. Ich arbeite seit über 30 Jahren als Meditationslehrer und Personal Coach. In meiner Arbeit mit über 150.000 Menschen habe ich immer wieder erlebt, dass trotz aller psychologischer und spiritueller Techniken, Fortschritte und Verhaltensänderungen am leichtesten über den Duft zu erreichen sind. Jeder Mensch definiert sich unterbewusst über seinen Duft. Dieser macht viel von seiner Persönlichkeit, seiner Schwingung und seiner Ausstrahlung aus. Was sagen Menschen über sich aus, die billiges Rasierwasser oder penetrante Parfums tragen? Was teilen sie anderen mit diesen billigen Düften über sich selbst mit? Oder Menschen, die Duftöle unter 10 Euro pro Fläschchen verwenden und hinterher Kratzen im Hals, Brennen auf der Haut oder gar Kopfschmerzen bekommen? Und warum verwendeten Pharaoninnen und Zäsaren, Könige und Kaiserinnen, kostbare ätherische Öle, von denen das Volk nur träumen konnte? Echte aromatische Essenzen werden eins mit dir in jeder Zelle. Sie salben und erquicken dich und werden Teil deiner natürlichen Ausstrahlung. Authentische ätherische Öle erfrischen, stärken und schützen dich und deine Lebensräume. Du beginnst, dir einen kleinen Garten Eden auf Erden zu schaffen. Ändere deine Düfte und du änderst dein Leben. Du wirst eine neue Dimension von Ganzheit, Selbstvertrauen und Erfolg gewinnen. Ohne viel mehr zu tun, als dich täglich ein kleines bisschen zu ölen. Für Menschen wie Dich haben wir EnjoyEssentialOils.net geschaffen. Genieße essentielle Öle. Du findest auf dieser Webseite Hinweise und Zugänge zu Live-Veranstaltungen, kostenlosen Webinaren und Online-Videos, durch die du lernst, wie du mit aromatischen Essenzen dein Leben auf die nächste Ebene heben kannst. Wenn du einen Ansprechpartner im Bereich der ätherischen Öle suchst, um deine persönlichen Düfte zu finden, klicke bitte auf Aroma-Experten unter dem Video. Du kannst so eine Person deiner Sympathie in deiner Gegend finden. Und abschließend habe ich ein kleines Geschenk für Dich. Klicke rechts von diesem Video, um eine tiefere Einführung in die Geheimnisse der aromatischen Essenzen zu bekommen. Viel Freude beim Öffnen deines Geschenks!